Hi Mahlzeit. Ja nur mal ein kleines Infovideo und zwar ist folgendes passiert. Von der PC21 VT600 Vergaser wollte ich praktisch so schön alles filmen mit meiner GoPro. Leider ist sie während der Aufnahmen zweimal abgestürzt. Das habe ich erst zu spät bemerkt. Insofern gibt es davon leider kein Video jetzt. Aber gestern sind auch schon die nächsten Vergaser gekommen. Auch wieder VT600 PC21. Da werde ich es dann nochmal versuchen. Werde aber statt der GoPro irgendeine andere Kamera verwenden. Insofern läuft es nicht weg. Die MP09 ist fertig und die XS1100 Vergaser kommen heute noch dran. Also leider klappt es nicht immer so. Im Moment die GoPro nervt mich total. Die hat immer mal Ausfälle. Auch bei der Probefahrt neulich. Ich weiß nicht. Also keine Ahnung. Das nächste Mal wird es glaube ich keine GoPro mehr werden. Alles klar. Bis dann. Erste Dirk war es. Ciao.